Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum neuen Teil über die Pflegetipps Passive Care und wir wollen uns heute über das Thema Unruhe unterhalten. Unruhe ist ja ein Phänomen, das am Ende einer Erkrankung auftritt oder dann, wenn Patienten orientierungslos werden. Und Unruhe ist ein Phänomen, das auf der einen Seite den Patienten belastet, aber auch die Angehörigen. Denn wenn permanent jemand um Hilfe ruft, wenn jemand dauernd umgelagert werden will, das zermürbt Angehörige. Und Thomas, was kann man dagegen tun? Permanent um Hilfe rufen, hast du eben genannt, so als Stichwort. Wer mal im Pflegeheim gewesen ist, also als Besucher oder gearbeitet hat, der kennt das. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das geht wirklich, also das geht durch Mark und Bein bei allen Beteiligten, auch bei dem, der ruft. Das sind jetzt Bewohner, Patienten, die vermutlich schon eine sehr weit fortgeschrittene Demenz haben, aber sich auch nicht wirklich wohlfühlen. Und manches geht hier durch Zuwendung zu klären und zu beruhigen, ganz klar Unruhe und Zuwendung, körperliche, seelische Nähe, Beistand hilft. Aber da brauchst du auch bei solchen Patienten oft psychiatrische Medikamente, also einfach sedierende psychiatrische Medikamente. Denn das kann das Pflegepersonal in einem Pflegeheim überhaupt nicht leisten, wenn also mehrere Patienten mit Unruhe da vorhanden sind. Und auch für Pflegende zu Hause ist das natürlich ein riesiges Problem. Gut, dann wird wieder dafür, manchmal steht in Medien dann, die Patienten werden weggespritzt oder so. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo ich vor gut 40 Jahren als Krankenpfleger gearbeitet habe, auch in Pflegeeinrichtungen, also in Altenpflegeeinrichtungen gearbeitet habe, Wochenenddienst, Nachtdienst und so. Wir haben die Patienten nicht weggespritzt, aber wir haben sie schon oft auch niedergeknüppelt mit Medikamenten, die ruhig stellen, aber innerlich nicht wirklich ruhig machen. Und da gibt es eben ganz verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann. Heute viel besser als vor Jahren, Jahrzehnten, wo man von diesem Niederspritzen und Niederknüppeln eben mehr gesprochen hat. Und das kann man schon auch sagen, wie die wirken, wenn man es Menschen gibt, die eben geistig ganz klar sind. Also entweder in den Tests oder die geistig klar sind aus anderen Gründen, die wir kommen, da kann man sagen, die sind nicht mehr so schlimm. Andere Medikamente von früher, wo man Haloperidol zum Beispiel gegeben hat, in hoher Dosis, gibt man heute auch bei anderen Krankheiten noch, aber wir haben das gegen Unruhe gegeben. Und da war das so, der Patient wirkt nach außen ganz ruhig und innerlich kocht alles. Der kann sich einfach nicht mehr äußern und sagen, Unruhe, das ist natürlich ganz fies. Aber Medikamente sind nicht alles. Mit Sicherheit nicht, aber ich meine, man sollte natürlich so behandeln, dass der Patient auch innerlich zur Ruhe kommt. Denn das ist ja für ihn eine schreckliche Vorstellung, so aufgewühlt zu sein und nach außen so ruhig zu wirken. Das ist ja wie gefangen im eigenen Körper. Und Unruhe, Unruhe ist ja auch ein Thema, das sich überträgt. Deswegen, also du hast eigentlich auch die richtige Haltung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du als Lehrer gewesen bist bei mündlichen Prüfungen. Da war ich sehr ruhig. Ja, das kann ich mir eben gut vorstellen, dass du als Prüfer sehr ruhig gewesen bist und die Ruhe auf die Prüflinge übertragen konntest. Die können dann auch Leistung bringen. Und genauso geht es den Betreuenden, den Pflegekräften, den Angehörigen. Die sollten eben auch Ruhe ausstrahlen. Wenn ich Ruhe ausstrahle, dann helfe ich dem Patienten, der da liegt, steht oder sitzt, eben auch zur Ruhe zu kommen. Dann gibt es aber eben Leute, Prüfer, Ärzte, Angehörige, die sind hippelig. Die müssen immer was machen. Die sind schnell. Die sind aufgeregt. Und das überträgt sich. Natürlich. Das Übertragen ist natürlich ganz, ganz ungünstig für den Patienten, der vielleicht auch Angst hat, unruhig ist aus den allerverschiedensten Gründen. Ob das jetzt ein Juckreiz ist oder ob da ein Gebiss schlecht sitzt oder was im Mund brennt oder so oder Angst ist, was alles mögliche in Unruhe sich äußern kann. Denn das wird ganz viel schlimmer, wenn der Arzt, wenn die Schwester, wenn die Angehörigen hektisch sind. Aber empfehlenswert ist in der Tat, Psychopharmaka zu verabreichen, um den Patienten doch etwas zu dämpfen. Denn ich stelle mir jetzt gerade die Situation zu Hause vor, nicht im Pflegeheim, wo also vielleicht die Ehefrau oder ein Angehöriger alleine dann die Pflege übernimmt. Und das macht einen natürlich Kirre mit der Zeit. Und im Hintergrund hilft das ja niemandem. Und da ist es wirklich besser zu sagen, wir geben ein leichtes sedierendes Mittel und dann kommt der betreffende Zuge, das ist für ihn selbst gut und für die Angehörigen natürlich auch. Die Situation entspannen, also durch das richtige Setting, durch die Medikamente entspannen und dann aber auch immer gucken, was vielleicht die Ursache ist. Ist die Ursache wirklich in Anführungszeichen nur aus dem Hirn, also eingebildet, weitestens sind durch die Demenz oder durch Dinge verursacht, auf die wir keinen Einfluss haben können. Oder ist es wie bei der Prinzessin auf der Erbse, dass irgendeine Kleinigkeit da eben stört, die unruhig macht. Es können ja wirklich manchmal Kleinigkeiten sein und danach sollte man auch forschen dann. Genau. Prima. Ich glaube, darüber gibt es nichts weiter zu sagen. Vor dem Hintergrund, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.